Haile Ibalvin, seit fünf Jahren in San Mendes verliebt Sie sorgten wohl für die größte Liebesüberraschung bei der Met-Gala am Montagabend, Haile Ibalvin, 21, und San Mendes, 19, uteten sich nach monatelangen Spekulationen endlich als Paar. Zusammen gingen sie turtelnd und offensichtlich total verknallt über den roten Teppich des Fashion-Spektakels. Wie jetzt herauskam, ist es anscheinend kein Zufall, dass das Model und der Sänger ein Paar geworden sind. Schon 2013 buhlte um. Seit November 2017 daten die beiden sich mehr oder weniger offiziell. Immer wieder bereiteten sie der Gerüchte Küche nämlich ein Ende, in dem sie erklärten, Single zu sein. Dass bei den Jungstars etwas läuft, war bei der Met-Gala aber unübersehbar. Kein Wunder, schließlich hat schon vor fünf Jahren ein Auge auf den Merki-Interpreten geworfen. Im Jahr 2013 schrieb sie auf Twitter, Hey, lass uns daten, damit du mir den ganzen Tag lang vorsingen kannst. Ich mache Spaß, aber wiederum auch nicht. Der Tweet der Model-Beauty ist bei dem Musiker offensichtlich mit etwas Verspätung angekommen. Zwischendurch hat sich die 21-Jährigen noch ein paar Monate mit Popstar Justin Bieber, 24, amüsiert. Die Betechenome Träne Musik 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 Bis zum nächsten Mal.